Servus bei Let's Play South Park, der Stick of Truth. Mein Name ist der Hoff und wir gehen in den verbotenen Wald. Hm. Heißt auch ein Kanaldeckel? Gibt's da auch noch einen Weg? Sollten wir vielleicht nochmal in den Wald? Hm, wir gehen jetzt einfach mal nach links. Interessant. Interessant. Oh, dieses Mal sind es nur zwei. Wir werden einmal aufstampfen. Scheiße! Ja. Aber einer ist betäubt. Ich werde jetzt noch mal einen anderen. Verkleid dir einmal will. Jawohl! Mein Ohn-Leben! Was? Ach du Leber! Boah! Na warte, das willst du büßen! Ach! Der Hoff einfach anzugreifen. Nazi-Zombie-Ring! Jawohl! Bier von fünf. Glänzende Stiefel. Tut mir leid. Jimmy. Aber dieses Mal. Obala! Ich kann mit Cutman und... Okay, ich würde gerne einmal Kyle probieren. Kyle spornt die Gruppe für den Kampf an. Kyle ruft einen Geist aus dem einzigen Norden herbei, der die Feinde angreift. Ruft starken Wind herbei, der Dreck in die Augen der Feinde weht. Verfissert im Himmel mit Pfeilen der mächtigen Elfenarmee. Okay. Noch mehr Nazi-Zombies. Schönen Tag. Hoppala. Scheiße! Oh Gott, hier geht's wieder. Gut. Ich werde mal das Katana nehmen. Autsch! Scheiße! Ich hab gedrückt. Ach du Leber! Was ist das? Zu spät? Sammeln? Komm schon, wir haben das! Fähigkeiten erhöht. Fähigkeit. Okay, das ist schwach. Halte A gedrückt, bis du dem Blitz isst. Okay, I kick the baby. Was? Autsch! Ähm. Okay, ich schnauze dich ja mal weg. Mein Unleben! Ich möchte mir die Fähigkeiten auf jeden Fall anschauen. Halte Ärger. Halte Ärger, bis die Kontrolle zu verlieren beginnt. Dann lass los. Scheiße! Ähm. Oh, die Musik! Oh, mein Gott! Oh, mein Gott! Na jo. Okay, die... Die Quest ist erfüllt. Noch mehr? Alter! Schönen Tag! Ach du Liebe! Autsch! You just don't get it, do you? Oh, shit! Schönen Tag! Schönen Tag! Okay. Hey, what the hell are you doing? Autsch! Bände brennen! Perfect! Okay, Fähigkeit! Verfinder... Verfinstere den Himmel mit... Jawohl! ... der mächtigen Elfenarmee. Drücke... Oh, nee! Verdammt! Woops! Woops! Ach du Liebe! Scheiße! Autsch! Ach! Ach du Liebe! Okay. Du musst mal weg. Mein Gott! Fake this time or no boundaries for us! Ich glaube... Ich glaube schon, dass das der Pfeilangriff gut wäre, wenn ich ihn dann schaffen könnte. Ah, welchen Weg? Habe ich den ganzen Wald jetzt befreit von diesen? Schaut er noch aus. Immer nach Norden? Was? Was? Kanada! Ich habe Kanada enteckt! Alter! Oh! Das ist so weit wie du gehst, Junge! Vorher liegt der Großkirchen von Kanada. Es ist nur für die meisten noblen und valiante Menschen. Oh, nein, du nicht! Ich kann sehen, dass du nicht Kanadier bist! Und es ist nur eine Art, die ein Nicht-Kanadier kann immer hoffen, zu entdecken in den Garten unserer Lande. Du musst zurück nach deinem Land und zurückkommen hier mit... ... einem Passport. Alleine der Grafikunterschied. Bitte genau auf der Linie. Oh, du siehst? Nichts, wo du gehst, ich dich blockiere. Was, d'you think we just let anybody into Canada? Ja! Okay, no matter which way you go, I block you! Was, d'you think we just let anybody into Canada? Ja! Ha, 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 das Gerlisch! Ich bring mich nicht! Mach mich nicht wütend, sonst kommt der Drachenschweig! Impressive! No, you see? No matter which way you go, I block you! So, nein. Ähm. Mit dem verstollenen Quietscher vielleicht? What, you think we just let anybody into Canada? Hä? Hab ich was Falsches gemacht? Funktioniert nicht. Okay. Vielleicht müssen wir wiederkommen. Mit einem Pass. I'm following you here. I hope you weren't following me. Ah, krass. Ah, jetzt komm ich bei der Farm wieder raus. Da wollte ich eigentlich noch schauen, ob es irgendeine Möglichkeit gibt. Ich glaube, es gibt eine Möglichkeit. Ja, gibt es! Hufeisen, Geld, Armbrust, Hannibubus, Schweineherd. Das war eine der krankesten Folgen, aber auch irgendwie total realistisch. Wie tief kann das Niveau noch sinken? Ja, das ist James Cameron, der tapfere Pionier. Da haben wir noch ein Camp gehabt, ja. Also, äh, ja, Obdachlosencamp war da. Ich glaube, das erste. Nein, das erste war es nicht, aber... Ja. Ha. Ich möchte jetzt eigentlich nach unten noch weiter. Da waren wir überall. Hier geht's nach unten. Hier geht's noch nach unten. Dann schauen wir noch da rüber, ob wir da noch irgendetwas haben. Da müsste es doch sicher irgendwo etwas geben, wo man sich durchschleichen kann, oder? Mit Kenny müssen wir auch noch spielen. Ich glaube, bei Kenny waren wir schon drinnen. Ja. Da waren wir schon. Oh! Hoppala! Ah, Rattengift. Ich will ihn nicht mehr zerstören. Kenny hat eh schon so wenig. Der arme Kenny. Hier war ja nur... Ja. Okay. Hier noch irgendetwas vielleicht? Da komme ich auch nur in den Wald, gell? Immer komme ich nur in den Wald. Der ist im ganzer Park herum, hm? Kann das sein? Ich glaube, da war auch ein Camp. Hm. Schweißes nicht. Ja, den lasse ich jetzt einmal. Ah, da sind wir bei Kyle. Dort würde ich nicht hinein. Stan. Ah. Neue Freundschaftsanfrage. Das ist zu Cartman. War das? Und da sind wir jetzt bei uns schon. Okay. Ich wollte noch zum Kino. Nein, eigentlich nicht zum Kino. Wo war denn der... Da müssen wir auf jeden Fall her. Da sind wir fertig. Was ist hier? Quest? Keine. Großwildjagd mit Jimbo. Wollen wir denn noch... Äh, Schätze. Da ist noch ein Gin-Pokémon. Und zwei Ausrüstungen. Da haben wir noch Farben. Wo? Da haben wir noch einen Schatz, eine Ausrüstung. Können wir die kaufen, vielleicht? Die Kanalisation ist da unten. Haaa. Da ist das Polizeirevier. Da haben wir noch zwei Ausrüstungen. Citywalk, da haben wir auch noch eine Farbe. Könnten wir die kaufen, vielleicht? Das heißt, vom Polizeirevier, umher, dann haben wir das. Das verstehe ich überhaupt nicht, wie wir da eine Farbe haben könnten. Wo wir gerade sind. Da haben wir noch sieben Ausrüstungen. Ich glaube, das ist zum Kaufen. Ungeplante Schwangerschaft. Dort müssen wir auf jeden Fall. ein Gin-Pokémon-Sächter-Ausrüstung. Ah, okay. Es ist aus 24 Ausrüstung. Ja, verstehe ich. Ah, das ist zum Kaufen. Okay. Das ist zum Kaufen, aber... Hier? Eine Farbe? Habe ich da irgendwas übersehen? Das ist zum Kaufen. Raufschläger. Sagen wir mal. Oh. Ah. Genau. Eine Farbe. Wo könnte ich... Ähm. Ähm. Hallo? Ah, da gucke mal. Ah. Na, da gucke mal. Bad des Pferdeherrn. Geld. Metallgriff. Na, was haben wir denn da Schönes gefunden? Oh, ach so. Oh, ach so. Oh, opa. Da habe ich mir klar gemacht. Hallo? Wen haben wir denn hier? Das letzte Camp? Egal. Jau. Weißt du was? Ich beschwöre mal. Nein. Ich hebe mir die Beschwörung lieber für etwas anderes auf. Äh. Fähigkeiten. Gut, so stark schau'n dir erst gar nicht aus. Ah, ja. Keil. Fähigkeit. Versuchen wir's. Ah. Zu spät. Ah. Ah. Ah, come on. Okay. Trotz Versagen. Kehre zur Bürgermeisterin McDaniels zurück. Ah, da. Farbe. Da haben wir's ja. Haben wir doch glatt das letzte Camp gefunden. Durch Zufall. Wirklich durch Zufall. Muss ich noch schauen. Nein. Äh. Karte. Karte. Eigentlich müssten wir hier rauf. Jawohl. Ähm. Noch einmal auf die Karte. Das ist die ungeplante Schwangerschaft. Da unten sollte noch was sein. Und hier... ...sollte auch noch eine Ausrüstung sein. Aber wo? Hm. Aber wo? Gut, ich würde sagen, wir schmeißen uns noch mal kurz in die Kanalisation. Vielleicht haben wir auch hier das Kind irgendwo übersehen. Jetzt haben wir da wirklich alles angegangen. Schweißes nicht mehr. Ich hätte schon geglaubt, dass wir da überall waren. Das war die Mannbärschwein-Quest. Mr. Henki? Da. Nein. Nein. Na komm schon. Ah. Schau. Schau dir mal einen an. Klumpenscheiße. Ja, war mal. Also das Spiel ist erscheint wirklich darauf ausgelegt, dass man dann nochmal alles durchschaut. Okay. Dann leuchtender Schleim. Oh. Verdammt. Hm. Wo geht's hier lang? Ah. Ich glaube, das war... Ja. Die Penis-Maus. Ja. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ah. Das war hier. Da haben wir, ich glaube, Cornwallis gefunden. Das letzte Kind. Sollte nicht auch ein Gin-Pokémon hier irgendwo noch sein? Ah ja, da hinten sind wir. Könnte es dann blöd sein, aber ich finde... nichts. Halt. Hallo? Geldbrenner Schädel und natürlich ein Klumpenscheiße. Was sonst? Normales. Okay. Ich schaue auf die Uhr. Ja, meine lieben Freunde. In der nächsten Folge werden wir noch ein bisschen hier unten herum grasen. Werden noch schauen, was wir alles finden. Und ja, wenn wir dann durchgeschaut haben, die Kanalisation, dann gehen wir noch zur Polizeistation und ins Rathaus. Und dann machen wir natürlich mit der Hauptquest weiter. Ja. Ich bin schon sehr gespannt, wie es da wohl weitergeht. Ich sage da weiter mal vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüss mit euch. Tschau mit euch. Servus. Mit VULIV. Die Stik of Truth wurde verletzt. Sie haben Prinzessin Kini. Nicht sie erzählen sie Prinzessin Kini. Er ist ein neues Kind? New Kind? New Kind. Der neue Kind hat die Kraft, wir haben noch zu verstehen. Sie sind die Däden. 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 Ihr habt die Gehäste. Ich möchte Sie in die Nähe und finden meine größte Warriors. Hallo! Jesus Christus! Du denkst, er ist die Dragonborn? Prophecy says the Dragonborn will be the one to unite us all. It's a trap! You're playing for the wrong side, dude. Defenders of freedom! Tonight, we unite as one! This is here, new kid. Yeah, it's a pain, but this is the kind of stuff you put up with with living in a remote little mountain town. At least we don't have to deal with traffic. Your daddy? Your daddy? Step forward now and fulfill your...